Ebenfalls ein Ort der Erholung ist Wildendürnbach. Auf dem einzigartigen Galgenberg stehen hier rund 200 Presshäuser und Weinkeller, die zum Rasten in der Gesellschaft von herzlichen und freundlichen Menschen einladen. Besonders beliebt ist das Angebot der offenen Kellertür, das es abwechselnd von verschiedenen Winzern gibt. Ganz ohne Trubel und Hektik kommt man hier aus, denn im Land Umlar nimmt man sich Zeit, die schönen Dinge des Lebens zu geniessen.